Nee. Utsustbjörle. Utsustbjörle, utsustbjörle. Utsustbjörle. Jälle siit. Utsustbjörle. Mida pirset. Fuck. Muid nüüd mõtle. I don't know what to do. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Bye 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 Nearby 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 Bye 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 da rüber press while the dash in there jump while in dark dash shift running ah selber as the shift there goes a little bit he's got 10 right there on the side up oh repair of course oh that's good really need to yeah bussis Sieh, es zu sagen, ich weiß es nicht mehr, werden Sie haben hier weniger Kuss. Ich würde mir das eine Lichter noch verbringen, dass ich da keine Art war. Und jetzt kommt es mir weh. Es kommt ein bisschen mehr. 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 Oh, ich bin auf Tusch. Savanlapersen. Das ist gut. Ich habe mich über die Schmerz. Ich habe mich über die Schmerz. Ich habe mich über die Schmerz. Aegemaja Tähtsabay Nie mõnus risk Kus mu tahan sinna, ma ei jäu Carry some Heats Bezun, du bist du sicher, du bist du nicht ein Du bist ein Jetzt bin ich hier da... Ich bin ein Sie waren hier Sie sind ja erwähmt Sie sind M Bhagious Kuhlge, siegulad. Mis te möllete? Kas jookseb palu? Man ist das, all right, jetzt. So, abkass es alles, dass du ja auch in die Account. Abkass. Oh, hier ist das. hier die Anomaly Das ist die Anomali. Das ist die Anomali. Was will I do here? Oh, yes! I love this, right? Smasher 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 Vibu Kuidas Lappadi Nii, puustla Lappad Smasher Ach, wer ist das? Ach, wer ist das? Oh, warte, warte, warte Warte Warte, warte Võin Siie sisse mõitätis �� me ei taha astuma See ei ongi siin militärikompound, kus on tilane observaçoori Das war's für heute, dass wir uns hier überlegen. Oh mein Gott, ich bin hier. Die Räume von mir war es nicht verletz. Wir sind hier dran, wir haben uns verletz. Wir haben uns alles verletz. Wir haben uns verletz. Wir haben uns verletz, dass wir uns verletz. Wir haben uns verletz. Wir haben uns verletz. Wir haben uns verletz. Wir haben uns verletz. Hey, good to hear you, son. You said maybe you could help me out. I'd like to ask how. Not over the radio. Come to the ship. To the main HQ. I'll be there soon myself. Alright. Wait, now you're here. What the? Okay. What the fuck? Let's get the hell out of here, Greg. Hey, wait. Stay away. Hey. What the fuck just happened here? Yes. Hey, what the fuck? A few hours of the исследvatoria. Oh, this is a dream. Let's turn off the screen. This is the main screen. We can see if the screen is going on the space, if the screen is going on. Ja... Väide, 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 me ist käme selle Honu-Johrest läbi seal. Ich mach mal, aah, tukiojad. Oh, du nüüd. Yes, yes. Simi, jaa, pakutakse. Jau! Jau, jau! Jaa! 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 Oh, väga heeva just! Mis su plaan on siis praegu? Ma lähen vibu tooma Seda minu video on? Jaa, seda on samas kohas, kus ma naguni pean minema Das ist ein wenig. Aber es ist ein wenig ein wenig. Das ist ein sehr guter. Aber ich weiß, ob ich es nicht mehr so machen kann, ob ich es nicht mehr so machen kann, ob ich es nicht mehr so machen kann. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Es ist guter, weil ich es nicht mehr so machen kann. Ja dann kann man sich das mal machen. Ja, du hast ihn. Oh, besser. Kokushit. Halla. Ich hoffe, dass sie noch nicht mehr servisten. Ah, siehst du nicht. Nein, sie sind schütz. Sie sind schütz. Was ist das? Oh, hier sind wir. Nein. Low risk in Investments. Buy Coins. Get higher. Blockchain. Good choice. Good choice. Eino loomulik. See ühk sind ei tõstnud üles. Absoluutselt mitte. Ei saa aru sellest asjast. Oh, poed. Jaa, poed mulle meeldivad. Kohe kõige pärast. Number 1 on pool. Ohi. Tibi. Chikki, prikki. Palun mulle kõikki neid asju. Are we really going to win this fall? Really going to win this fall? ��i up in another one... Oh, schon. Ich muss mich sehen, oder nicht? Oh, was er noch? Nee, ich muss vor dem. Raftmaster Put, 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 put Where is the shop? Siin on Raftmaster Yesterday I don't know Shopping down, shopping down, shopping down What the hell is the supply doing? Delivering lamps isn't a difficult job What do you want? I'm around if you need me, friend Siin on Raftmaster It's evident Halt! Biomarker I guess we settle now Here There you go Report to Meyer in dispatch The commander is on his way back from the field Does Matt often go out on field missions? Used to be He was hardly ever on the ship Always in the field Always helping That's why I joined the Peacekeepers But lately Matt's been acting weird Not sure what that's about It's been this way since before Old Villador and the Renegade attack there Now this bullshit with the withdrawal I don't get it Whatever is going on I hope he addresses the men soon How does us understand this bullshit withdrawal? Hmm He's probably got his reasons Whatever they are Innocent people are gonna get killed What's going on? What's going on? Who's going on? What's going on? What's going on? What's going on? You're gonna go No, we're gonna go That's all Everything goes on In a year You'll be addressing me as corporal Hard as you work You'll be promoted sooner than that Dann, in zwei oder drei Jahre, sollte ich einen zweiten Liechtenant machen. Und dann, wer weiß, Kapitän, Major, vielleicht sogar Colonel. Du träumst mit dieser Star Tattoo, oder? Natürlich. Bis heute, ich glaube, dass unsere Chance gegen die Renegade waren ziemlich gut. Aber jetzt... Ich bin sicher. Ich hoffe, dass wir guten Glück haben. Ich bin sicher. Hey, wo ist das Batch? Da! All right, Mann. Wir nehmen die UV-Lambs und zurück zur Basis. Es sollte auf der Punkt sein, schnell und schnell sein. Go, go, go! Was ist das, was ich da? Ja. Was ist das, was ich da? Was ist das, was ich da? Wenn das, was, was wir tun? Wenn du hierhin in der ersten Ebene bist, dann, wenn du, was, was wenn du in der ersten Ebene bist? Das ist scheiße. Was ist dein Vater, ein fähiger Herrscher? Ich bete, dass er auf die Hörst du aufbauen ist. Wohse ich dich, lächst du in der Mitte. Was ist das? Was ist das, was ich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe es nicht mehr. Hier geht es nicht mehr. Die Morte ist nicht mehr. Nein, nein, nein. Die Morte ist nicht mehr. Die Morte ist nicht mehr. Ich habe die Worte nicht mehr. Wenn es die Morte nicht mehr so ist, Ja, ich habe es noch mehr. Ich habe mich noch mehr zu sehen. Jaa, du! Jaa, du! Jaa, du! Ja. Von der Kampf in der Kanteen? Vielleicht. Vielleicht. Du kannst wirklich sein. Ich respektiere das. Aiden, nicht wahr? Kommander Tainate spricht über Faction Matters. Missy welcomes dich. Was wollen die Survivoren? Was wollen? Talking about our little argument? They want what everyone wants. Safety. Which I understand. But we have to keep our eye on the bigger picture here. And it pisses me off when people mention my father. Uh, who's Missy? It's the name of the ship you're standing in. She played a key role during the Revolution. Missy was meant to deliver drugs, masks, and other critical medical supplies, then return home. But by then, home was gone. She and her crew had nowhere to go. And what about now? Now, she serves as PK Headquarters in Command Central. All directives are issued from right here. Smart. Easier to defend than a building. Exactly. I don't mean to pry, but what's the deal with your father? Ugh. This again? Since you're new here, I'll tell you the short version. Classic story. Saved a bunch of his fellow soldiers, some civilians, and got a medal. When was this? Long time ago. Back when people were only fighting each other, and not each other, and infected at the same time. Joe, is he why you joined the military? Pretty much. He must have been very proud. Sure. Why not? Where is Matt? In the field. He came across a lead in Old Villador. You gotta wait. See that board? I got plenty that needs doing it, not enough men. You wanna pick up some of our slack? We pay well. Medic, hurry! Fuck, that's major math. Something's happened. Medic, hurry! Make room! Clear the way! He's bleeding out! Fuck. Hater's in really bad shape. Save him! Take him to the infirmary! Summon the medics! We have to save him. Hang on, Ator. We won't let you go. You hear me? Get moving. Better hope Ator survives. We lost too many people in Old Villador. Jack will do all he can to find out who did this. I hope Ator survives. He's one of our most dedicated men. Let's see how I could serve. I recognize your uniform. You're one of those carriers, right? Sure am. Need a message delivered? No. I'm in the market for information, not sending it. And nothing I can do for you. So I hear. But, uh... Maybe your boss can help me? Our guildmaster? Driscoll? Maybe. I don't know. He has the authority, but you'd have to be a very special case. I don't know about me, but what I'm after is important. You can try to speak to Driscoll, but don't get your hopes up. Story of my life. Where can I find him? In our headquarters. On downtown court. Inside the metro station that bears the same name. You'll know it when you see it. And Driscoll. You can't miss him. That sounds good. Thanks a lot. In our headquarters. Sorry. We're all going to go to the nudes. Oh, we're here. Oh, we're here. Just come to my house. Oh, here's the next TV. films. Thanks a lot. Ah. I'm looking at everything. Oh, here's my house. I'm looking at everything. It's the old house. Das ist alles gut. Die sind immer noch so schön. Die sind alle noch nicht mehr. Jaa. Ich weiß, dass sie sehr viel mehr überlegt sind. Sie sind immer wieder überlegt. Sie sind immer noch nicht mehr überlegt. Sie sind nicht mehr überlegt. Sie sind immer mehr überlegt. Ah, ne? See on parem, ich nehme. See on kõvasti parem. 6 maha. Entsagen du 1,4 maha. Ja, ja? See on küll hea. Entsagen du 1,4 maha. Ja, ja. Tänest du 1,4 maha. Das ist ja 1,4 maha. No, das ist ja 1,5 maha. Das ist ja 1,5 maha. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das, ich weiß nicht. Das ist ein Tank. Mhm. Wie? Wie? Kõik, jaa. Pitsin granaatari siin uuest rauk hoosta. Resursi üldse ei müü. Ei müüvajuks, jaa. Kibla neil ei müü ainult need. Teise müüvajas. Ah, siit saab. Kõik, jaa. But I don't think those are renegades. I was starting to say something that had a rap. That had an earth to you so long. Not the first time we're doing this. Having the power back on will change the tide of the war. I hear the PK engineers are working on a lot of the electric raps. Mh, mis siin kestius aisa? Aiden! Don't just stand there! Come here! No, mis, räägid. Ma räätsin suuga, no? Hallo? No. Know what this is? These brass knuckles belonged first to Commander Lucas. Then, they passed on to Aetor. What happened in Old Villador? It can't happen again. We have to save the city. Cool. From the plague, from the butcher and his men. Whatever they're planning. Okay. But over the radio, you said you have information for me. Yes, but before we get down to that, tell me Aiden. What do you need this database for? What does it contain? I'm looking for my sister. What happened to her? Long time ago, Waltz heard her. He took her from me. And I want him to tell me where she is. If she's still alive somewhere. That's why I was looking for the GRE command center. To access Waltz's database on its servers. So we have a common enemy. Meaning? Waltz. That's the butcher's right hand man. He pumps his men full of inhibitors. We can get them both. I brought you here because I know that a few GRE scientists are hiding out in the city. We picked up the trail of one of them. Right before the renegade attack. Sounds promising. When I find a scientist, we'll see what they know. If they are of no use, we'll find another. And another. Until you get the answers you're looking for. Why are the former GRE in hiding? They're afraid of the wrath of the people. People angry because the GRE spread the infection. So it's true. The GRE brought in the virus. Who else? They say they performed experiments in their bases. They brought in containers from Haran. At night. In secret from the government. And then everything collapsed. In revenge, people captured the scientists and hanged them from lampposts. And killed the only people who had a chance for finding a cure. There is no cure and there never will be, Aiden. That's GRE propaganda. Fine. What do you want in return? What do you think I want? Maybe the same thing both of us want? The city has electricity again. The renegades are on the attack. For the first time since the war ended. They attacked our outposts in the city centre. But new possibilities have opened up for us as well. Thanks to the electricity, we can fire up the biggest antenna in the centre. On the VNC Tower Spire. What? You want to defeat the butcher using radio? In a way. The signal will let me reach a larger number of people. Communication between settlements will be improved. We'll enlist more recruits and defend the city. And then it will be easier to find the surviving GRE doctors you need. I'll do my part, but what guarantee do I have that you'll help me after? You don't trust me, Aiden. I haven't been here that long, but I can already tell that kept promises are rare in this city. If we don't find any of the GRE scientists, I promise I'll get walls for you. Thank you. You're working with Luan, which makes me think you're looking for him too. Okay. I'm in. Good. The butcher attacked for a reason. I want to make sure this city is safe, no matter what. You all right, sir? Maya will share our plan with you. Go see her as soon as you can. Oh, and Aiden. You don't have to call me sir. To friends. I'm Jack. Okay. Jack. Meier. iefnod. If you want the image of a person of the 중요 something, you'll need to be there. zahl on, you have the arms of a person. Okay, here? Unde right, here. That you might now mention any power of individuals. On the surface, it's so cool that you see your head on her own... finals so that you can just yüzfjienks. Not necessarily if you're looking at theоры, not necessarily the walls of a person in the area, Do you want something for me? Matt told me to see you. Yes, he wanted me to give you this. A little reward for helping us peacekeepers. A UV flashlight could come in handy. Thanks. He said something about a plan? The VNC tower. Now that the lights are on, we can use the TV antenna to broadcast our call for mobilization. But first, we need to get to the top. And that's a long road. What do you want to know? Tell me more about this radio station on the tower. It's the tallest building in Vellidor. It was once a symbol of the city's greatness. Now, a symbol of its fall. Why do you say that? That antenna could bring the city together once more. But anyone who goes up there trying to fire it up, guess what happens. Nothing good, I bet. Damn right. The city's potential shining beacon is a death trap. We're hoping it'll be different this time. We're going to light it up with UV lamps. What makes it so dangerous? A volatile nest inside, so we think. It's the biggest dark zone around. Once, nightrunners tried to take it over. They wanted to use the antenna to connect all the separate groups of survivors. Give the people some hope. But they never even got close to the antenna. And in the end, the nightrunners were wiped out. Wiped out? You mean every last nightrunner? That's the problem. Frank had it all carefully planned. But for his plan to have worked, he'd need everyone. All hands on deck. And that didn't happen? Not everyone believed in the plan. So there was a rift. Frank thought they'd come around in time, but not everyone came around after all. The plan went to shit. It was horrifying. Those who heard the nightrunners' screams on the radio that night still have nightmares about it. What happened to the group that refused to join the mission? Split up. Drifted apart. Whoever led the descent was branded a traitor. And the nightrunners faded into a shameful memory after that. We shouldn't waste time on the past. We need our heads in the game, here and now. Okay. Let's get going. Are the lights in place? They would be. If Juan from Supplies would just do his job for once. I take it that he didn't. He's been playing hide-and-seek the last few days. And he's late. Getting on my nerves. So look in on Juan first. See what his deal is. And when you do find him, kick him in the ass. Tell him it's from me. Got something to say? See what he's doing here? Show me. Hey. Uh... Hey. Hey. Some of the vraag is written. Vielen Dank. Ich kann es nicht mehr machen, wenn ich es nicht mehr rauskomme. Das ist ein Toil. The PK has got your back, Pilgrim. Putka, vaht, kus see tegelame end? Siin all. Treppis ees. Võime sinna saades. See oli vahe perga mingguks, see on nii. Või jõisin see kirikupool. Lower deck. Aga ma käisin seal. Lang ca. Vaihbor snot going aniwhere. Temii saada saha magocime oiga? I truc de... Hot 각 linkei... Panjiotiata raitt missri saadakred. Poire jagie senkani! Tiendane saadige? It's urgent. So meet I quece sentiist. Lunch boardé tähän mengege ouf podría? Jacques-Matte, Monsieur Reiner is not here. I can't take a message. No, I need to talk to him in person. Where is he? Unfortunately, I can't help. Monsieur Reiner's whereabouts are no one's business. Wait if you must. Anything else? Oh, wait. But you're no fun. What about your boss? What's he do for fun? Monsieur Reiner is well known as a connoisseur of the finest things in life. Food, drink, and pretty much anything that walks on two legs. Is he near any of these so-called finer things right now? Maybe I can drop in on him there. I try, but no. I won't say. Matt's not going to be happy. Juan is not particularly concerned with the little major's feelings. Do come again. Hey, LeJuan. Aiden. Getting settled in the city? Working on it. Meyer and Jack sent me to Supply. Interesting bunch. Not like any of the other PKs I've met. That might be because they're not PKs, Eagle Eye. Business is their true fate. I see. Anyway, I can't track down their boss. Juan? He likes to make himself scared. Probably lurking around the fisheye. The canteen? The slick bastard even got his own table there. Bribed the cook to bring him off-menu goods. He lives like the fall never took place. I look for him there. Good luck finding him. And good luck if you do find him. Good luck finding him. Pyrsagust välja saab. See, the pig. Did you hear what Matt has done this time? Good. I got it. I got it. Yeah. I don't know what I achieve. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Warum er sich die Ahnung auf dem? Ich weiß nicht. Damn. No mille ime pärast sa ei pea üppama siin siis? See on nõme, see on nii nõme. Ja ma ei saa, miks siin üpata ei saa. Mis see viga selle hea on siis? Saaksid välja üppaks minema ja kõik. Jumal, mulle on perses ja maas. Mängu isukao paradioks. Kas tegutsed? Me ei taha siin juosta ringena. Niii, kust me ei sisse lõime siit. Ich muss das letzte Mal sehen. Was ist das? Also gibt es keine Klappe. Ich habe keine Klappe mit dieser Klappe. Hmmmm... Nein, büscher, das ist nicht der Poeide. Sehle, Pohne. Oh, I want to see you next time. ... ... ... Ich bin der Darnisch. Ich bin der Darnisch. Ich bin der Darnisch. Ich bin der Darnisch. Das ist ein Blöck. So, how do things work in this place? The fisheye? They work better than anyone predicted when Frank set up shop. Two days and the peacekeepers will take it over or the renegades will blow it up. And nobody blew anything up. It's the safest place around by far. Neutral turf. Even bandits come here just to hash out deals over booze. Anyone can relax without the threat of violence. Rivalries are checked at the door. That's a good place to have. Okay. So you know Frank well? Not all military buds well. But well enough to know back then he was a big shot. A special forces commando. A night runner. Quite the high ranking mucky mucky. Until one mission he led people into the television tower. Ended in a massacre. After that he ditched the uniform and started the fisheye. Took out a new lease on life. But he became a haunted man. Frank relives that tower mission. Start to bloody finish every day. The booze helps him get through it all. I've seen him on a bender. Drinking like that isn't helping him get through anything. Then imagine what he's like when he's not drinking. Tell me about Luan. Frank says women like her were giving call signs based on cocktails. Bloody Mary. Margarita rocks. Luan is hot shit with a hot temper. You do not want to get on her bad side. Cross her once and that's it. Game over. I gotta go. Wait. You interested in making a bit of money? And how would I do that? It's a simple job. There's a metro station under the fisheye. Used to be UV lamps in the metro that kept the infected at bay. But they stopped working because every tunnel and station is infested. What happened? Might be the lamps but I doubt it. We've replaced them recently. Maybe something cut the cables. But what? It's not like the infected bit through them. It'd take a lot of biters to accomplish that. On the other hand. Heard a couple stories like that. About infected who worked together. Somehow coordinated. As if they're smarter than we think. Once this guy at the bar told me he fell into a trap. He claimed a group of biters herded him into a dead end in a dark zone. Intentionally. They didn't act like a typical mindless swarm. Said he only managed to survive by climbing onto a trash bin to reach a fire escape above the pad. But no. I wouldn't put much faith in that. If that were possible I think we'd see it more often. Could be a blown fuse. Best bet would be to start at the electrical room. So you want me to turn on the lamps? Yeah. Get to the electrical room. For all we know could just be a blown fuse. If so you could just reset the main power supply from there. Before you go got a little something that'll help you out. A house specialty. Guaranteed to warm those biters bellies. Just a bit of house food. A bottle and an old rag. But powerful stuff. Or you can always just sneak in past the biters. If you don't want to make a ruckus. Once you turn on the UVs they'll fry anyway. And you won't end up wasting good hooch. Alright. I'll take care of it. With the building effect. If you don't turn on the Maisie when you click on it. See if you have a safe job. See. No, no. No, I'll draw on it. See, I'll take care of it. See, I'll take care of it. See if you don't need a safe job then. See, I'll take care of it. See what the other stuff they're doing? See, see. The other stuff you have to take care of it. See, he's literally on. Nein, das ist ein Perverte. Aber Sie haben unsere Behandlung gebrochen. Statt dein Ziel in einem Satz, dann bitte. Mach dich selbst schmerzen. Du kennst ganz gut, warum ich hier bin. Die UV-Lampen. Meier sagt, dass du die Peacekeepers' der Lippen. Und du denkst, dass dein Blatt ein impressierter wird auf mich? Der Lummicks und Chief Jack denken, dass er seine Terrier kann, und alle werden sich in Terror wettet. Aber was kann ich erwarten? In fact, he kann nicht die Unterschiede zwischen Champagne in a Crystal Chalice oder Wasser aus dem Hund's Bowl. Er hat eine Art Refinement. Ist das richtig, Vinny? Ich weiß nicht. Keine Angst. Es ist nicht so, dass Jack in die Hände und dich verletzt wird. At least nicht jetzt. Ah, Vinny. Wenn du eine Behandlung hast? Du willst meine Behandlung, Aiden? Show me you deserve it. What can you offer me? Look, I could help you out as easily as I'm trying to help Matt. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe gehört, dass du ein Pilger bist. Aber du bist neu hier. Schmerz die Skäle von ein paar Behandlungen, das bedeutet, dass alle wollen dich auf ihre Behandlung aufzunehmen. Du musst dich eher subtisch mit Leuten sein. Alle haben ihre eigene Willen, ihre eigene Preis. Du bist nur noch nicht funktioniert für mich. Probier mal wieder. Ja. Wie geht's mit einem Behandlung? Matt kann das tun, oder? Ein Behandlung? Du hast keine Ahnung, wer du bist. Du hast keine Ahnung, wer du? Du hast die Kontraste mit den Behandlung? Wer würde die Arme, die Behandlung mit Weapons und Behandlung? Eine Woche ohne mich? Und die Behandlung werden nichts verletzt. Behandlung ist alles. Mal wieder. Und nicht die Zeit, das ist es. Ich... Du hast alles dein Zeitpunkt verwendet. Es gab nicht meine Interesse. Was ist das du willst, Juan? Wie sie sagten, wenn du musst, den Preis kannst, du kannst es. Wir werden noch mehr Pressen. Und? Was wir versuchen... Schauber auf dich, mit der Blombeskats? Ich habe noch nie einen Mann, wie es heute gibt. Ja ganz gut Es gibt mir nicht die Zeitpunkt. Ich bin so sehr gut, ich habe keinen Mais, aber vielleicht ein Herz schweig. Wenn du siehst, Wenn man sich das nicht so schnell auf die Handwerke zu tun, dann kann man sie sich nicht mehr mit der Handwerke machen. Es ist nur so schön. Ich habe das nicht mehr als ich mit der Handwerke. Wenn man sich 37.000 mit dem Schwarzschle-Negret und 58.000.000 mit Rambot will, dann kann man sich nicht mehr mit der Handwerke gehen. Was ist das? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist wieder, wenn Sie etwas mitgebracht werden, was Sie in den Lacken kommt. Nachdem du dann schon mal. Ich werde jetzt dazu noch etwas erwähnt, wenn ich auf ein Moment gewollen. Ich habe auch eine Funktion. Ich muss sie sich über das Geld kaufen. Ich weiß nicht, was ich würde. Ich bin jetzt hier. Ich weiß nicht, was ich habe. Ich weiß nicht, was ich über das Geld ist. Ich habe mich überrascht. Ich weiß nicht, was ich da ist. Ich bin jetzt hier. Das ist das, wie ihr da, wenn ich das dupliqueiri, wenn ich das mache. Ich habe mir das, wie ich das mache. Ich habe das, wie ich das mache. Was ist das? Hm. Das wird schwer. Juan hört sich nicht zu Jack, so er wird sogar ein schwieriger Publikum für dich. Er hat seine eigenen Mann und Power Base, und er liebte Jacks-Nose in das. Und was kann ich damit machen? Same als alle anderen. Er liebte ihn. Er liebte Kunst, Antiques, von vor dem Fall. Wenn er sieht was, er kann sich nicht so sein. Zero self-control. Hm. Wo kann ich finden? Ich habe einen alten Polis, in einem Haus von Liberation Passage. Sie sagen, er war ein Art collector. Du kannst du das sein. Du kannst nur bei einem Paraglider. Das ist das, warum es vielleicht gibt es. Ich werde auf dem Radio und guide dich zu ihm. Was für dich, huh? Going on a hunt? No, a party. Es ist Daniel's birthday, aber du wirst nicht wissen, wenn ein Guest-List wird mit einem Hit-List. Warum kommen Sie mit uns? Es ist ja dass Daniel mich lieb. Es ist ja nicht so, dass er ein Guest-List. Es ist ja nicht so, dass wir einen Hügel haben. Es ist ja nicht so. Wir werden wir in den Hügel. Grossfob, ein guter. Ich weiß es nicht mehr... Nein ich weiß es nicht mehr. Nein, wie es meine Kood? 42. 26. Kuss hier ist? Nein, das ist das hier. Das sieht mir aus. Kuss kohas? Nein! Oh Jumalauda, kuss kohas on must ässe? Miks te peidate? Seal oli väle. Access. Võta nüüd sit araned. Pidi olema nii. Paned 98 asja sissi. Kuidas ma saaks neid nummerdada? Nii. Tõhe vaid. 98 asja sissi. Kümme veel. Ma saan ära muudnud. Sest selle kohd oli jõudnud videosid ka YouTube's palju üleval. Mina oleks vägu arendes. Ma ikka muudabas selle ära. Ma just et see teadlikult oli mõetud. Ma saan aru jah. Seda oleks, kui tahtnud proovida. Ma oleks saanud nii skräpe ja asju siit juhuda. Ma ei ole lihtsaks tänud ka. Põhimõtteliselt kasutaksid teevide muude põhimõtteliselt kasutaksid. Jah, jah. Noh, sa määlema tulgan oma asju. Ma ei ole särki selgamad. Ise ei pane juhu. Ise on liiga päev. Jah, praegu on kõik õige. Kaks asja põeb veel sulle vaata siia. Alla. mmhne. Söö kogu meưel�... Kaks asenei. Joh näitene. Ich habe dich gut gesagt, warum? Ich werde meine Exhortation nach Nachmittag. Achso, wir werden dich dann nach Nachmittag. Ich muss mich ein dieser St. Dumb-Wisemen sein. Denn Gratiano hat mich nicht mehr zu sagen. Achso, ich habe mich mitgebracht, aber zwei Jahre mehr. Ich habe mich nicht mehr zu wissen, dass ich mich nicht tun kann. Ich habe mich nicht mehr zu wissen. Ich habe mich nicht mehr gesagt, dass ich mich nicht mehr sagen. Oh, da ist die Verbindung, was ich noch nicht mehr zu sehen. Ich habe mich nicht mehr! Ich hab mich nicht mehr zu sehen. Nein! Loll! oi Ich bin gut hier. Ich bin gut hier. Na, du leid, du leid, du leid, du leid. Was ist das? Das ist schon so ein bisschen ... Ich weiß, dass der Show kein Spiel ist, dass der Show ist. Es gibt einen Ellenboss auf einen kleinen Spiel. Ich bin glücklich, dass du in der Zeit gewonnen hast. Ich bin glücklich, dass du bei dir kam, wenn du er itben hat. Noh, anna ära, mis asja. Man muss ja mõne selle tegema, muidu. Nii, mõned need ka viskamiseks, kui jääb apuks. Sada skräpsi, sa otsa aru, üks boomstick või. Ui, toi va. Ei, ei. Praegu ei olnud. Sinu kord tulnud. Ma olen valmis siin vähemalt. Ei, ei, ei. Paraklaidega pidi sinna üles menema. Noh, jah. Kõige. Või, sinu. Mis plaan on? Ma teen selle misiooni ära tunnud asjad ja siis vaatame edasi. Ei, 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 ei. Das ist doch so gut. Ich dachte, das ist ein Schöpfer. Ich dachte, das ist ja... Das ist ein Schöpfer. Das ist ein YouTube-Tubal. Das ist ein YouTube-Tubal. Ich bin da. Ah. Ah. Ja. Start-up 8. No. Ei. No, muidugi. Vastuseine oleme tagasi. See üheb alla. Või üleksaab. Peere, 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 peere. Nii, üleksaab. Ma teda vaatsin ühte video. No, kus jumal hästi sõitis sellega? No, ma ei saa sellest arvata, et miks ta praegu jalg üles tõsta, aga ma vajutsin, et tõsta jalad üles. Siis ta ei tõsta need jalad üles midagi. Mis asja? Mis ööööö? Sulle ei juhtunud mitte midagi. Oho. Mida saanud? See võib olla jaa, et alates mingi kõrdi kolmandast sellest kõrdi upgradeist hakkab üldse töötama, et algul ei töötagi nagu õnnimõttes. Assi killast siin jõud alguses. Ta võiks olla asja või see, et kui ma vajutan nuppu, siis ta võiks öelda, nüüd tõssid jalad alla, nüüd panid jalad üles. Sest ma ei saa aru. Vaata nagu tagasi siit, et ei ole. Sa autoga pöörad, keerad roolis, siis auto koerab kohe paremale või kohe vasakule. Kohe on. Hetkeline tagasi siit või jalgrattaga või tõukarrattaga, üks kõik meil selust teed. Aga siin sa ei saa aru. Siin põiks ka olemas, aga ma näitab sulle ekraani pealt reaalselt, kas jalad tõusevad üles või tõuseb alla. Mis toimub? Ma ei saa aru, kui ma vajutan nuppu, kas nuppu vajutus töötas või ei töötanud. See ongi mängud kõige suurem viga. Ja seadki närvi, et sa teed midagi, aga sa ei saa aru, kas see töötas. Tagasi side puudub samamoodi, miks 9% arvuti mängija failivad on see, et tagasi sidet ei anta arvuti mängijatele, ei suhelda klentidega, ei räägita nendega, ei anta infot. Mäng peab täpselt samamoodi töötama. Täitsa putsis. Noh. Seal oli Paraclider. Seal on siis. Võib lugu kõige all. Paraclider. Täitsa, et päris S to pull up and stabile peidi. Kõik nagu alle vajuma siis? Ma ei tea. Nõnn, va ütlesin ju ta issi nii et kõradi näppu oli läbi läbi takuuri noh. Ja, ich habe ja du reichst. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Dispersi-Kohk. Das ist ein Dispersi-Kohk. Das ist ein Schwerter. Nein, 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 keine Ahnung. Das ist ein Schwerter. Ja, ja. Kui ma siit üles saaksin? Kui ma sinna saan, sellest ei ole ka kasu. Ja nüüd see jälgis on märkadus. See oli praegu see aru, mida majas või tegelikult vaja on. Ma sain ülesse. Ma olen ka sinna sellesse majasse. Vist, punasesse. Ma võin. Ma võin. Ma vähe, jah. See on üleva. See on mille paralaidjeliga võist. See on vist, jah. Ei tööta see aparatres. Ah, seal töötab näe. See on nii kaugel. 99 meetrit. Otto-Otto ma ei saa aru. Need on juba järgmine koht. See ei päästa meile. See on juba. See on juba järgmine koht. See on juba järgmine koht. See on juba järgmine koht. Ma ei tea. Miks nad nii on teinud. See ei ole küll hea mängu. See oli väga halb mängu. See oli väga halb mängu. Ei see. Ma ei taha seda C. Ma tahsin puu eest ära. Ma ei huvitsa C. Ma tahsin seda puu pealt üpata. Fakt, et C. Kus perses ma nüüd olen? Noh, siin stations. Siin töötab see. Se on juba järgmine koht. Siin töötab see. Ma tahsin mullu odiesa. Yolanda. You there yet? Eh, not yet. I've reached the building but, gah. How did you say I should get to the top? Use a vent. There should be one on the roof. When you get there, stand on it, jump, and open your power glider. Easy. Sounds sketchy. Name the last non-sketchy thing you've done running around this town. Touche. Name the last one. Name the last one. Name the beauty. Yeah. Yeah. You trell in here in Moe. You are hu-h-h-ha? Are you here in Moe? Schau? Schau. Schau. Oh nein. Saat noch nicht nur noch etwas. Mis geht es dir? Es geht es dir? Es geht es mir nicht mehr. Es geht mir nicht mehr. Putz mich einfach gerade noch selber verkündet. Ich weiß nicht, ob ich den Millitär wieder 타gere bin. Sie sind Millitär ein MEILITquez. Achtung? Nein, das ist ja mal an Schlauch. Fe collectorbild auf sie am Reddart mit einem Lovelyther hat. Ich muss dich mal, das به ich, swoim zurück zu Support. Ich weiß, dass sie sich in der Mitte ist, dass sie sich nicht mehr verletzt hat. Sieht jetzt schon wieder. Oh, das ist ja auch schon wieder. Wenn man die Lalli durchsicht, dann kann man sich die Lalli durchsicht. Ok, dann gehen Siemuse raus und schauen, wie es das ist.